Oh, boah, ich wär schon ba... NEIN, ich flieg gleich wieder runter, fuuuuck, ich flieg schon wieder runter. Ich flieg nicht wo runter, aber das war knapp, ey, ich flieg immer wo runter. Öfters als ich sterbe, flieg ich einfach irgendwo runter. Das ist noch mal so. Pass auf, der Portet immer neue, aber die an der Leine, wenn du die tötest, dann kommst du an den Boss ran. Das mit neuen Porten, das sind ganz andere Gegner, weißt? Das habe ich auch schon inzwischen rausgefunden, das ist ein bisschen kompliziert. So, wir müssen... Wo muss er hin, ey? Da muss er hin. Wuhuuu! Ladies and gentlemen, wir sind in der Haus. Und Assholes, ah, in der Haus, too! So, ich weiß, ich bin tot, aber da geht noch was. Da geht noch was. Second Chance und so. Komm her. So, Second Chance erfolgreich. So, wir heilen uns. Dann gehen wir hin und machen... Boom! Digga! Und aufgangen sind's die Wichskinder da. Neiiiin! Ich flieg runter! Ich sag einfach gar nichts dazu. Gar nichts. Einfach gar nichts. Jedes Mal... Was heißt jedes Mal? Ich flieg dauernd irgendwo runter. Das geht mir so am Arsch langsam, ey. Du stirbst wirklich mehrheitlich durch runterfliegen aus der Map. Das zeigt mir nur eins, wie behindert haben die die Map gemacht. Weil das ist doch lächerlich. Man geht doch rückwärts, damit man schießen kann, ne? Und dann fliegt man irgendwo runter. Das ist ein Witz, Leute. Das ist echt ein Witz. Das geht mir so am Piss langsam, ey. Das ist echt nervt. Deprimierend, weil die... Die Gegner machen die nicht platt. Sondern die Map macht dich platt, weil du runterfliegst! Wie dumm muss man das machen, ehrlich gesagt, ey. Das ist echt dämlich, ey. Kann man da durch? So. Ah, der kann mich am Arsch lecken da drüben. Ich bin schon durch. Gut, dann gehen wir zu unserem Ziel weiter. Und wir sind wieder da. Oh, scheiße. So, ich bin ein bisschen stark. Ich muss gerade fighten, Leute. Also... Nichts denken. Was soll ich denn jetzt hinlegen? Wir kriegen das hin, das garantiere ich. Scheißer down. Komm her, Baby. Komm her, Baby. Dem Bett kannst du so abgehen, aber nicht hier, da. Das geht hier ab, ja. Jawoll, Baby. So gehst du ab. Und ich auch. Deine Mama geht mir ab, bitte. Komm her. Mach das sichtbar, du. Du feige Mimose, ey. Nur... Mi-mi-mi-mi-mi machen unsichtbar. Richtige real Mimose. So. Ruhe ist, Junge. Ich rieche dich, denn du stinkst nach Backfisch, Junge. So. Komm mal. Wir werden hier verarschen. Hardcore, Hardcore. Aber geil. Definitiv geil. Die kleinen Scheiße glauben immer, sie können uns das geben, aber was gibt's? In die Fresse gibt's. Puh. So, was ist jetzt hier? Kann ich das in Bewegung setzen oder nicht? Nein... Nehmen wir mal... Nehmen wir mal auf... Leute, hier gefällt's mir nicht. Das ist viel zu ruhig. Das kann nicht sein, dass es hier so ruhig ist. das gefällt mir kriegen sicher gleich eine auf die nutzen es geht mit ihr widerstand gegen gift verletzbar durch strom das kannst du haben du kleines wichs kind sie machten der was sind das für eine trottelwaffe was habe ich hier wieder für ein scheiß weg mit dem direktor ich brauche strom also entweder der oder der immer die pumpe wir machen einmal den gesicht da kommt stirb junge du bist gegen strom verletzbar den richtigen elementar schaden und es haut da einfach hin in jedem game sondern wir müssen weiter ich verstehe da wie ein trottel und lass sie abknallen finde ich geil finde ich ultra geil du schaust blöd junge und für blöd schauen gibt's kugeln du schaust nur immer blöd du schaust so blöd junge wo ist er denn okay wir haben ruhe läuft lady sind schon mal läuft was gibst du mir für einen scheiß stufe 75 multischuss schieße aus mehreren läufen gleichzeitig muss er nicht verstehen ehrlich verstehen nicht dass ich doof bin aber verstehen egal wir nehmen es mit was ist denn das für einer der ist sogar größer wie mein das zinsieren wir jetzt mal master chief 759 welcome to the gang mainstream sollte ich jetzt müssen alle nämlich das zurück losen du nur lappen junge wir meistern das hier allerdings ehrlich gesagt mir keine ahnung wie wir werden am besten das da machen so dann geht es ihm schon mal gut dann machen wir das nochmal dann geht es ihm nämlich besser so ein bisserl gift schnuppern geschadet so jetzt gehen wir das an boom digga deine mama so deine mama tu deine mama tu deine mama tu deine mama tu und deine mama erst recht so komm her so jetzt hauen wir mal kurz ab hier ja tschüss auf wiedersehen dos vedan ihr Arschloch zorn zorn ja er sagt es fuck off wir machen zorn alle lassen die die nicht ficken von denen ne denn stoße ihn hat sie es gesehen voll in die boos jungen in die boos in die red boos in die boos in die boos danke für den Hinweis zorn for the wind so jetzt gehen wir aber wieder mal stiften hier puh anstrengend sind sie das gebe ich zu die Gegner aber hey wer mag diesen geilen fight komm du geh weg du bist wirklich ein Lappen du bist ein Lipp du bist sowas wie ein Level 1er dich nehme ich nicht ernst komm hau ab hier du spielst nicht in der Liga hier ich bin ich nicht los ruhe ist im katönen leh hör auf hier rum zu zicken Pisser weißt du was ich drauf sage AIDS abwischen AIDS abwischen AIDS abwischen Das hat nämlich hässlich Jungs So Die kleinen Pisse hier Ich sehe eine Kiste Allerdings sehe ich sie nicht Nur auf der Karte Was ist das denn Nix Kiste Das war das Ding hier Ich bin schon wieder so killgeil Das ist den falschen Weg Oh 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 Der Papa wird euch den Arsch versungen Papa wird euch den Arsch versungen Du da Und du da Hey Das ist die da Die gleich den Arsch vollkriegt Das ist die da Die gleich den Arsch vollkriegt Das ist die da Die gleich den Arsch vollkriegt Die da Die was den Penis hinten reinkriegt Oh fuck Der ist groß Der ist groß Scheiße Ups Kann ja mal passieren Jetzt muss ich ihn abchecken Was Was macht man da am besten Mach mal das da Och ne Ausweichen Du Pisser Das ist nicht So Surrender So mein willst du mich verarschen Deine Mama kann surrender Wenn sie meine Pisse hinten drin hast Junge Surrender Deine Mama hat schon Surrender Hier hast du surrender Da hast du surrender Reichtes surrender Ich stupiere gleich surrender Du Oh scheiße Ja ich geh zurück Ich weiß Aber surrender ist das auch Das ist nicht surrender Der hält aber ein bisschen aus Das muss jetzt zugehen Das ist nicht gut Was macht man denn da Ich brauch was geiles Was ist die geilste Waffe Die wir haben Das da Boom Digga Boom Digga Es ist lustig Aber es ist echte Pistol Ist unsere geilste Waffe Das ist echt so Ich glaub da kein Schwanz Oh scheiße Umzüge ich mich gerade Oder was Oh fuck Kannst du mir im Arschlecken Junge Kannst du mir im Arschlecken Und deine Mama auch Deine Mama Deine Mama Boom Digga Boom Digga Boom Digga Boom Digga Boom Digga Boom Digga Und tschüss Ich hab ne dringende Verabredung Mit meinem Healer Mit meinem Healer Mit mir selbst Jetzt ruhe endlich mal langsam Hier seid schon ein bisschen penetrant Hat euch das Neue Eltern gesagt Penetrant Wirkt nicht So wirklich Sympathisch Pisslappen Das ist meine stärkste Waffe Und selbst da Brauche ich ein halbes Jahr Alter Ach scheiße Ich kann gerade nicht auswärtschen Halleluja So Ist jetzt Ruhe Ist jetzt Ruhe Es ist Ruhe Oh angenehm Moment mal Ich wollte jetzt schauen Was das ist Ey Okay das ist automatisch Ja ja Ey Arschgeige Ist ja noch hier Hallo Arschgeige Ja wir geigen deinen Arsch Wir geigen deinen Arsch Daddy hat's dir gezeigt Wo das Loch ist Nicht dass ich schwul bin Aber es ist so So Nicht mit dem Papa Und übrigens Wir spielen nicht auf easy Wir spielen den dritten Schwierigkeitsgrad Von Vier Und den vierten Gehe ich an Sobald ihr das game do Fertnen First time Den vierten Das ist einfach Ja wie soll ich sagen Das ist einfach umpassen So was macht man Es reicht ja Wenn wir Balls haben So richtig dicke Balls Ladies and gentlemen So Balls Die Balls was der Gegner nicht hat Die hab ich Na was ist hier Ja Okay Achso okay LOL Das ist alles LOL Und diesen Mistkübel hier Da ist doch nur Müll alles Sieht so aus wie in Italien Mann Oh man 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 Juhu Wo müssen wir hin Ich gehe jetzt wirklich der Spur nach Da hüpfen wir nicht hin Ich bin nicht blöd Habe ich einmal gemacht Kein zweites Mal Und jetzt Toll Was ist denn das für eine Wegfindung hier Achso runter Okay okay Ich nehme es zurück Runter Munter Gehen die Arschlöcher unter Und ich bin es nicht So wir gehen ein bisschen was aufmischen hier Wo ist er Der war doch grad da Wo ist er denn Ich schwör der war grad da Da ist er Da ist er Da ist er Ich geh Wenn ihr einen Zocker an ihr untergehen lassen wollt, dann müsst ihr euch schon ein bisschen mehr Scheiß einfallen lassen. So läuft es nicht, Ladies. Ihr seid Ladies. Ihr seid keine Gentlemen. Ihr seid keine Gentlemen. Ihr könnt ein bisschen abnehmen. So geht es hier ab. Hier läuft es nach Zocker an des Regeln und die heißen Die Motherfucker. Ja, so ist es nun mal. Da kann man nicht drüber hinwegsehen. Die erste Regel hier im Game heißt, leg dich nicht mit. Das geht nur ins Auge. Das kann ich einen ganzen Tag wieder machen. Kein Problem. Pisslapugel. Ja, was ist denn? Dein Bruder will auch noch drauf gehen, Alter. Mann, Mann, Mann. Ich brauche keine Spezialattacken. Die Schlitze, die Balls auf. Die Balls, Junge. Nur die Balls. Ich ziele nur auf deine Balls. Falls du noch Balls hast. Oh, scheiße. Ich habe keine... Was ist denn jetzt los? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Hallo, wir haben Balls. Wir brauchen keine Waffen, Leute. Wo ist denn mein Schwert? So, hier jetzt. Halleluja. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020